Huhu! Und wie ihr seht, habe ich Verstärkung mitgebracht. Jippiajo! Schweinebacke. So, mal gucken, ob ihr hier reinkommt. Also ich bin drin, du bist auch drin. Für mich ist blau. Warte mal kurz, ich muss mal... Wo ist denn meine Made hin? Ich habe noch nicht umgeskillt gehabt hier. Mach du mal, ich gucke mal hier, wie es hier aussieht, ob irgendwas zurückgesetzt wurde oder nicht. Aber nein, hier sieht es genauso noch aus wie vorher. Wenn du hier noch vom Ausbilder was brauchst... Oh ja. ...dann schnell ran hier. Oh, Alter, ist das teuer. ...etliche zurückgesetzt. Ich bin dran. Echt, die haben was zurückgesetzt? Naja, einige der Skills sind nicht mehr mit bei. Die musst du dir auch noch irgendwo raussuchen. Wo ist denn zum Beispiel mein Heilen, mich selber heilen, ist weg. Alter, das ist ja... Du meinst, das kann ich ja hier hinpacken. Ach nee, da ist es ja. Hat er irgendwo anders hin gepackt. Den habe ich die ganze Zeit gesucht gehabt vorhin. Mensch. Da ist er doch... Naja, die haben da irgendwie Namen oder so geändert. Auch unter den Klassen irgendwas hin und her geschoben, habe ich gelesen gehabt. Und deswegen musste man die neu erlernen. Mhm. Da haben sich viele natürlich aufgeregt, weil sie plötzlich Ausgaben hatten, weil sie die müssen ja bezahlt werden. Mhm. Aber andererseits, du, nach dem Zwölf... Aber war das nicht so, dass ab Dienstag das dann wieder günstiger sein soll oder kostenfrei oder irgendwas war, glaube ich? Irgendwas wurde mir in der Gilde gestern erzählt. Ach so? Mhm. Ne, habe ich jetzt noch nicht gehört. Lassen wir uns überraschen. Und viele haben ja auch gesagt, hier die Rehwandstatue, ja, die habt ja nicht. Und hast du nicht gesehen? Die kriegst du beim Tokenhändler. Beim Tokenhändler? Wartet, beim Sicherheitstokenhändler? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es stand da drin, beim Sicherheitstokenhändler. Und das kriegst du auch bloß da, wenn du das vorbestellt hast und berechtigt dafür bist. Mhm. So, von mir aus... Keine losgehen. Moment noch. Wir sind übrigens schon die ganze Zeit am Aufnehmen. Ach, doch, hatte ich ja, glaube ich, auch angekündigt gehabt. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Naja, du hast ja Hallo gesagt. Ah ja, Hallo. Viertelstunde später Hallo. Und die Folge ist um. Oh, ich muss mal kurz ganz tolle räuspern. Und ich sehe gerade, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Oh. Oh, warte, 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 warte. Wo ist meine Machtbarriere hier, meine Machtbubble? Die brauchen wir. Hier war ich stehen geblieben. Du bist Heiler? Ja. Dann hole ich nämlich Jesser raus. Dann brauche ich den König nämlich nicht. Hallo. Oh. 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 Dann suche ich mal mein Glück mit dem da. Was nicht funktioniert hat. Ähm, wir kommen gerade das Spiel so unwahrscheinlich leise vor. Alter, wie schnell das gleich geht. Ich raste aus. Was? Das Spiel kann sein, dass es leise ist. Durch Skype. Der regelt halt immer wieder runter. Scheiße, da habe ich natürlich vorher keine Obacht gegeben. Da. Alter, wie schnell das geht. Ich hing hier auf uns Ewigkeiten dran. Also nicht bei den dreien, aber äh. Ach, hier ist auch ein Streiter. Da hätte ich das vorher gewusst, dass da auch ein Streiter ist, ob wir auf der anderen Seite bleiben können. Äh. Naja. Egal. Das schaffen wir schon. Ja klar. Oh. Da habe ich aufs Schloss geklickert. Was ich gut finde, ist, dass die jetzt, äh, markieren, welches, äh, welchen Button man noch, äh, drücken könnte, um halt zusätzlich irgendwas zu erhalten. Also ich habe hier zum Beispiel, äh, Vergeltung und wenn ich Vergeltung klicke, habe ich eine Klingbarriere. Mhm. Und der wird mir dann leuchtend aufgezeigt. Das finde ich, äh, sehr gut. Also ich fand das ein bisschen verwirrend beim, 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 bei der Aufnahme vom Krieger. Weil das dann doch alles nur geblinkt hat wie so ein Weihnachtsbaum. Ach so. Na, bei mir blinkt nur eins und da ist es, äh, finde ich es okay. Heil mich, heil mich, heil mich. Ja, ja. Na, verdammt. Nicht so schlimm. Ich bin, die Dinger sind ja alle durcheinander gekommen. Ich muss erstmal gucken, wo, was ist hier. Das schaffst du schon. Ja, ich nehme überhaupt keinen Schaden, doch jetzt. Ach nee. Ach nee. Jetzt ja. Das war also der schnelle Skill. Wunderfein. So. Okay, dann probieren wir uns mal an den Herren Streitheer. Moment, Moment, Moment. Wir warten, dass Y, ne? Nee. Alt-Y. Ah, Alt-Y. Und zack. Und Alt-Y. So. Sag, wenn du soweit bist, dann bin ich auch soweit. Bereit, wenn sie es sind. Genau. Bereit? Moment. Bereit? Ja. Bereit? Echt jetzt? Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Hast du denn schon einen Charakter spielen können Richtung 60er Level? Äh, nur mein, ja, mein Hexer. Und, äh, mit dem Sif-Krieger habe ich die Story jetzt wieder aufgenommen. Oh, sehr schön. Ich habe auch eins gemacht. Das erste. Mhm. Voll easy, ey. Ich, naja, ich bin beim, was war denn das, der zweite, der erste? Weiß ich gar nicht in diesem Dorf da, wo in der Mitte, da dieses Monster ist und, ähm, die sich dann diese Türen artig so halt so ein bisschen schließen oder so. Mhm. Ja, ich stand natürlich außerhalb von den Türen. Und meine Gefährten drinnen. Also mein, also ich habe es ja auch alleine gemacht, mein Gefährte und hier dieser, dieser Droide da. Ja, naja, ich habe dann halt, äh, also ich wollte halt irgendwo drüber hüpfen. Habe es auch geschafft, aber dann, ähm, bin ich, äh, gestuckt. Haha. Naja, dann hatte ich ja eh keine Chance, aber dann habe ich es halt gleich richtig gemacht. Aber es war einzig ganz easy, ja, das stimmt. Äh, der macht aber auch Schaden der Droide, da. Oh, die Miet! Mau! Ja, der... Schreit da übelst rum, ey. Der hat mich heute schon zur Weißglut gebracht. Eieieieiei. Ich kämpfe nicht von rechts nach links. Alles klar. Was hat er denn gemacht? Äh, der frisst mein Ladekabel von meinem Handy. Oh, bitte was? Naja, das sieht aus, als wenn das schon 100 Jahre alt ist. Haha. Ja, schön ist anders. Oh, noch zwei Wochen, dann ist Urlaub. Noch eine Woche, dann ist Urlaub. Noch eine hast du? Ja. Boah, bin ich gar neidisch. Drei Wochen frei, ey. Gott sei Dank. Und das geile ist Spätschicht. Da passiert sowieso nicht mehr so viel. Ja. Ja. Ah, alle tot. Sehr gut. Na dann, auf ihn! Oh ne, ich muss noch zweier. Na ja. Na ja, mein Gott, zwei Wochen, das geht da schnell rum. Ja, na klar. Eben mal oben zugemacht und dann. Haha. Wenn ich überlege, wie die Woche jetzt rumhinge. Boah, die ist hier rannt, die ist hier rannt. Judik hat auch viel zu tun gehabt, aber. Das ist das geilste, wenn du was zu tun hast und die Woche rennt. Hm. Ja, das könnte ruhig immer so sein. Aber der letzte Tag vorm Urlaub ist ja eigentlich immer das Schlimmste, weil man natürlich dann halt immer drauf wartet. Ich erhalte ein helles Tag runter. Ach, das fängt bei dir mal erst am letzten Tag an, ja. Bei mir jetzt schon nochmal drei Wochen vorher los. Muss ich dir dann alle angucken, aber ne, der ist schon in Urlaubsstimmung. Ich sag, warte nicht zu viel. Ne, zur Zeit, die ganze Diegen, ganz in Ruhe. Ein bisschen vor sich hin arbeiten den ganzen Tag, kein Stress, kein Januscht. Das ist gut. So muss das. Ja, also mit Arbeit kann ich mich momentan auch nicht beschweren. Ich wollte mir neulich an einem Freitag Urlaub nehmen. Hm. Den habe ich nicht mal genehmigt bekommen. Wolltest du nicht sowieso letzte Woche komplett Urlaub haben? Hast du da dann irgendwas gesagt gehabt? Ne. Ach so. Wollte ich. Nicht, dass ich wüsste. Ach, du hast das auf dem Freitag selbst bezogen. Ah, okay. Weil du gesagt hast, das ist mit dem Urlaub, dass du den nicht genehmigt gekriegt hast. Ja. Ja. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ja. Aber naja, mein Gott. Das hatten wir bei uns vor Arbeit auch gehabt. Nina wollte Urlaub haben, weil er sein Bett geliefert gekriegt hat. Nö, abgelehnt. Auftragslager ist zu doll. Hm. Und sein Ablöser hat einen Tag vorher, ist ihm eingefallen, dass er eine Frau Geburtstag hat, hat nach Urlaub gefragt und hat den Tag danach dann Urlaub gekriegt. Krass. Und da frage ich mich, wo ist da die Auftragslager, wisst ihr? Hm. Aber gut, der alte Mann, der hat doch eine Strophe. Von der, er ist nicht so schlimm, wenn der nicht da ist. Ja, bei uns auf Arbeit ist es so, dass ich etwas machen muss, was nur ich machen kann und kein anderer kann es. Ich meine, finde ich ja ganz toll und das ehrt mich ja auch. Aber das hätte halt an dem Freitag kommen sollen, diese Arbeit. Und die kam dann am Freitag nicht. Und dann habe ich erstmal alle da drinnen zur Sau gemacht, dass es nicht sein kann, dass, nur weil halt einer in der Gruppe quasi schläft und ich dadurch meine Arbeit nicht kriegen kann und dadurch mir mein Urlaubstag flögen geht. Ja. Ich meine... Das ist ärgerlich. Ja. Ist schön, dass man da so ist, also nicht abkömmlich ist, weil man der Einzige ist, das wissen, aber... Naja, was soll... Leben ist manchmal hart. Ja, so ist das halt. Es gibt Menschen, die haben bestimmt sicherlich eine wesentlich schlimmere Arbeit oder... Oh ja. ...die mit ihrem Job überhaupt nicht klarkommen oder was auch immer. Also dann ist das hier, äh... Nörkeln auf höchstem Niveau. Das ist sowieso... Ah, der Typ nervt. Ah, ich kann den nicht mal schubsen. Ach Mist. Finde ich aber gut, dass wir hier in diese, ähm, in die Mission hier gleich rein konnten, trotz dass ich halt mich da raus, äh, selber katalysiert habe. Also raus manövriert, keine Ahnung, rausgeworfen wurde aus diesem Bereich. Weil ich habe nämlich damit gerechnet, dass wir, äh, rausgeschmissen werden. Mhm. Die halt die Aufgabe nochmal von vorne beginnen müssen. Ja, jetzt kannst du die gar nicht beenden, weil ich ja nun eine Folge vorgelegt habe. Weil ich bin jetzt fertig. Ach, du bist jetzt fertig? Mhm. Ja, das sind natürlich jetzt keiner mehr da, wa? Ja, das meinte ich ja. Hier war ja alles noch voller Viecher, die ich ja schon mal vorgekillt habe. Ich meine, ich hatte ja eine Folge im Voraus, äh... Jaaa, war das denn das schon wieder? Aber wir können ja rausgehen, wenn du das möchtest, das auf dich machen und dann klatscht man die halt. Ich meine, das geht ja razzifazzi mir zu zweit. Du, ich muss jetzt ja nicht wegen drei Münzen oder drei Auszeichnungen hier. Doch, das musst du! Nein! So, wo müssen wir denn hin? Äh... Zum Frontlager port ich mich und dann würde ich sagen, werden wir uns in der äh... nächsten Folge dann wiedersehen. Und ja, schönen Tag noch, ne? Tschüss! Tschüss!